Ganz schön verschnupft die Märkte, zumindest mal nicht wirklich in bester Laune. Das ist für den DAX noch einigermaßen erträglich, allerdings bei den Amerikanern sieht es aktuell gar nicht gut aus. Schön, dass ihr da seid im Index-Update am Nachmittag und tatsächlich ist der Fokus jetzt eigentlich eher das, was wir kürzerfristig hier zu erwarten haben. Beim DAX sieht es aktuell so aus, dass der DAX-Index, als ob wir ja eigentlich ganz gut nach oben gelaufen waren. Und jetzt in dieser Seitwärtskorrektur gerade jetzt eine Pause machen, also noch alles in Ordnung. Wenn ich das jetzt mal hier im 5-Minuten-Chart mit Unterstützungsmarken einzeichne, Fibonacci würde zumindest mal durchaus erwarten lassen, dass wir einen Rücksetzer irgendwo in diese Zone hier bekommen. Das wäre nicht ganz so von der Hand zu weisen. Also die Idee ist gar nicht so schlecht. Ein bisschen kann man sich die Frage stellen, sag mal Rüdiger, wenn man mal ehrlich ist, wie wollen wir denn das ganze Ding aufteilen? Ja, das ist nicht ganz ohne. Denn man hat irgendwie den Eindruck, dass das zwar irgendwie toll aussieht, diese Korrektur, und die sind einigermaßen ähnlich groß, die überschneiden sich nicht, die ist ja viel kleiner. Aber wenn man genau hinguckt, das hinten ist dreiwellig dann, wenn das so wäre. Und das hier in der Mitte sieht auch so halbwegs dreiwellig aus. Also beim DAX, ich bin mir da noch nicht ganz sicher, was das werden soll. Noch würde ich sagen, ich gebe die Chance für dieses Bild nicht auf. Also diese Aufwärtsrichtung ist möglich. Und ich hatte euch gestern ja eine Möglichkeit vorgestellt, wie man das Ganze traden kann. Nämlich mit Bezug auf diesen Hammer, den wir hier auf Tagesebene hatten. Beim DAX, das gibt zumindest mal eine gewisse Chance, dass der Kurs hier tatsächlich sich nach oben löst. Also wir sehen hier zum Beispiel die Situation hier im August, wo der Kurs nach oben gelaufen ist. Ich habe es hier noch nicht gänzlich aufgegeben. Allerdings, ob er jetzt in diesem Moment dreht oder nochmal tiefer geht, ich weiß es nicht genau. Die Trading-Idee, die wir hier haben, die lassen wir auch genauso durchlaufen. Also da lassen wir uns nicht irritieren von dem, was wir hier im Kleinen haben. Im Kleinen muss ich allerdings ganz ehrlich sagen, so richtig überzeugend ist das Ganze nicht. Wer ganz intraday unterwegs ist, zum Beispiel im 5-Minuten-Chart, der möge ein Auge auf solche Bewegungen werfen. Wenn es dann korrektiv hier steigende Tiefs, steigende Hochs nach oben geht in den Bereich rein, dann wären das mögliche Fortsetzungen sogar nochmal nach unten. Vorsichtig, wir reden hier von dem kleinen Bereich. Das würde ja für diese Gesamtbewegung jetzt auch noch nicht den Garaus machen im Sinne dieser Korrektur. Dann hätten wir halt hier von mir aus eine ABC-Korrektur oder was auch immer für eine bis dahin. Und dann kann es immer noch neu steigen. Ihr seht, da wird im Moment gerade klein klein gespielt. Im Großen immer noch diese, sagen wir mal einigermaßen bullische Zwischenausrichtung. Nicht im ganz Großen zwingend, aber zumindest mal das, was wir auf Tagesebene haben. Aktuell allerdings mit der sehr starken Abwärtsbewegung bin ich da noch nicht so super begeistert. Würde eher gucken, wenn wir was Korrektives nach oben bekommen, da nochmal die Abwärtsseite weiterzuspielen. Das Ganze wird sogar noch untermauert durch das, was wir in Amerika haben. Denn hier war die Abwärtsseite, wenn wir hier den Dow Jones mal angucken, der Dow Jones Future, sehr steil nach unten. Naja, das alleine muss uns noch nicht schrecken, aber wenn ich mal angucke, was ist denn seit diesem Anstieg hier passiert? Das sieht nicht so richtig glückbringend aus, was Impuls angeht. Das sieht ganz klar korrektiv aus. Und jetzt fangen wir auch noch an, diese Zwischentiefs hier zu durchstoßen. Das ist eigentlich, naja, nicht genau das. Das ist eigentlich genau nicht. Natürlich das Tief, was wir hier haben. Da sind wir jetzt gerade dran. Und klassischerweise, wenn das also wirklich korrektiv ist, wenn er diese Zwischentiefs durchstößt, dann bin ich mir eigentlich recht, naja, recht sicher. Das klingt an der Börse immer gefährlich, aber dann ist es recht typisch, sagen wir mal so, dass wir auch dieses Tief hier nochmal durchstoßen. Es sieht also alles im Moment nicht so richtig doll für die bullische Seite aus. Klar, der letzte Abgang war sehr dynamisch. Dann ist es sowieso kein Kauf, keine zwingende Kaufsituation. Achtet jetzt mal da drauf, wenn ihr Intraday unterwegs seid, was wir jetzt hier als nächstes kriegen. Wir haben ja immerhin so eine gewisse Unterstützung. Das muss den Markt jetzt nicht zwingend drehen. Aber wenn wir jetzt nach oben was Korrektives kriegen, ja, dann abwärts. Wenn der Markt jetzt wirklich sagt, ach komm, stellt euch alle nicht so an, hier haben wir doch eine Unterstützung, jetzt versuchen wir es doch nochmal neu. Und der Markt bietet so etwas, dann natürlich entsprechend die Long-Seite. Insgesamt muss ich aber ganz ehrlich sagen, ist das nicht überzeugend aus meiner Sicht. Das, was wir hier nach oben haben, der Dow Jones ja sowieso in der Versuchung, dass wir im Endeffekt, ob mit oder ohne Umweg, also theoretisch, ich hatte das gestern mal eingezeichnet, hätten wir drei Varianten sogar, nämlich direkt jetzt runter, überhaupt gar kein Fehler lesen mehr sehen, in diesem Bereich. Es ist möglich über einen kleinen Umweg, zur Not noch über einen großen Umweg. Im Moment würde ich die Variante A und die Variante B bevorzugen, die Variante C, also dass er nochmal den ganz großen Umweg macht, halte ich im Moment für die schwächste der Varianten. Bei A und B bin ich mir noch nicht sicher, ob er da den Zwischenmove macht. Aktuell allerdings sieht das nicht danach aus, weil alles, was da nach oben ist hier, sieht eben klassisch korrektiv aus und dementsprechend überhaupt gar kein Anreiz für mich und ich vermute für viele andere, hier auf die Kaufseite zu wechseln. Wie sieht es beim S&P aus? Naja, der S&P, der hat das nicht ganz so schön hingekriegt mit dem Dreh hier. Wir hatten hier zwar diese Umkehrkerze, da seht ihr, das ist das, was wir beim DAX hatten. Auf Tagesebene, das war hier das auf Wochenbasis. Ihr seht, das klappt also nicht immer. Das klappt häufig, das klappt wirklich häufig, aber eben nicht immer. Damit müssen wir rechnen, auch beim DAX. Aktuell haben wir hier aber jetzt keine neue Wende gekriegt. Wir sind aber immer noch über den Dezember hoch. Das heißt, noch gebe ich hier die Hoffnung nicht auf für die bullische Seite, aber wenn wir das durchstoßen, dann ist so, das hat einen miesen Beigeschmack. Da müssen wir wirklich aufpassen, ob das noch das ist, was wir eigentlich haben wollen. Also es sieht dünn aus, das Eis, was wir jetzt im Moment haben. DAO nicht so richtig glücklich. DAX, bin ich mal gespannt, sagen wir es mal so. Da haben wir ja beide Varianten jetzt. DAO sehe ich im Moment nicht so richtig die tolle Situation. Und der S&P, der steht, Knocking on Heaven's Door. Oder ist es Hell's Door? Kann durchaus sein, dass das hier noch die Tür zur Hölle wird. Naja, ganz so dramatisch müssen wir es nicht sehen. Aber diese Überschneidung ist definitiv kein gutes Zeichen, wenn er sie denn bringt. Bis dahin aber noch ein gutes Stück Platz. Das ist hier auf den Future-Kurs gewesen bei 4.180. Bitte nochmal anpassen, gegebenenfalls. Aber diese Marke so grob im Blick. So richtig weit sind wir da, ehrlich gesagt, nicht mehr entfernt. Und aktuell, ähnlich wie beim Dow Jones, das sieht halt alles nicht irgendwie nach, wir haben total Lust nach aufwärts aus, sondern das ist halt alles noch einigermaßen bärisch. Ich hatte vorher sogar noch ein bisschen den Eindruck, das könnte doch noch Bullish sein. Ich mache nochmal zurück, damit ihr seht, wie häufig ich auch meine Meinung wechsle und warum. Der Anstieg, der war gut. Ja, gab es nichts zu maulen. Der Rücksetzer, der war mir nicht gut genug für eine Korrektur. Das passt also noch nicht. Also ist zu schnell, zu steil irgendwie, keine Ahnung. Dann sind wir auch relativ wackelig bis dahin erstmal hoch. Ja, das macht ja nichts. Dann ist häufig eine Seitwärtskorrektur. Deshalb alleine Seitwärtskorrektur, weil das sieht ja nicht nach dem Impuls aus mit diesen vielen überschneidenden Rücksetzer. Bei der Seitwärtskorrektur ist häufig dieser Punkt höher als da. Deshalb die Vermutung, das ist die erste Welle, das ist hier die zweite, die mittlere, die B-Welle sozusagen. Und dann müsste nochmal eine C-Welle relativ steil runterkommen mit Orientierung. Hier, gleiche Argumentation, die wir beim Dow Jones haben für die 31.000. Nur hier der Unterschied, wir sind hier im 5-Minuten-Shirt beim S&P. So, das heißt irgendwie so was hier. Und dann wäre es durchaus geeignet, wenn er hier dann mit Schub hoch wackelig runterkommt, dann wäre ich durchaus gewillt, hier auf die Long-Seite zu gehen. Und dann sehen wir, jawohl, er ist mit dem Schub nach oben gekommen. Das ist insofern erstmal die gute Nachricht. Wir bräuchten aber was Wackeliges nach unten, um einen Long-Einstieg zu bekommen. Und da gab es nichts. Es ist zwar gewackelt, aber es hat ja nichts getriggert hier in dem Sinne. Also wir bräuchten irgendwie was. Also selbst der ist ja schon sehr niedrig hier runter. Aber dann müsste er jetzt hier irgendwie triggern. Und das macht er halt nicht. Er ist halt da nach unten weggetaucht. Also ihr seht, bis dahin war ich noch bullischer Laune, weil ich gesagt habe, komm, guck mal, wenn er jetzt dann hier dreht und dieses Zwischenhoch hier dann rausnimmt, dann kann man hier sogar noch Long gehen, in hoffnungsvoller Erwartung, da geht noch was nach oben. So, aber wenn er dann nach unten wegtaucht und viele von euch wissen das, ich gucke mal gerne auf die 78er Fibonacci-Marken. Das ist so eine Marke, wo statistisch der Dreh deutlich weniger wahrscheinlich wird. Das heißt, ich bin immer noch bullischer Stimmung. Nicht bullisch, keine Position, weil ich bin ja nicht getriggert. Und jetzt bin ich hier unten durch und demnach ist diese Kuh vom Eis. Und obwohl ich noch bullischer eingestellt war, muss ich sagen, naja gut, wenn er nicht will, dann muss ich es ja auch nicht wollen unbedingt. Also ihr seht, im Moment sieht das alles nicht bullisch aus, auch beim S&P nicht. Und die erahntes S&P und Nasdaq sind im Moment ja eh relativ ähnlich. Das Bild ist ja fast exakt das Gleiche, was wir beim S&P eben gerade hatten. Also da muss man nicht jetzt davon ausgehen, dass hier die Erwartungshaltung eine großartig andere ist. Ja, und im übergeordneten Bild, naja, dann lass ihn halt noch mal Richtung 14.250 irgendwie so in diese Kiste da fallen. Die hatten wir vor einigen Wochen mal eingezeichnet. Da hatte ich schon eigentlich vermutet, dass wir auf den ersten Schluck da schon hingehen. Das hat er aber nicht gemacht. Na gut, vielleicht braucht er jetzt halt neuen Anlauf, um vielleicht dann jetzt da hinzugehen. Und dann wird hier wieder neu verhandelt, ob der Kurs nicht nach oben geht. Einziges Drama, wenn der da runter geht, ist natürlich schnell die Gefahr, dass der S&P dann die für mir gezeigte Unterstützungsmarke, also das ehemalige Hoch aus Dezember, unterschreitet. Und das wäre genau nicht das, was ich als positiv empfinden würde. Also ihr seht, der Markt, once more, auf der Kippe, also einmal mehr, da wird jetzt entschieden, was damit passiert. Wir wissen jetzt, an welchen Stellen da Entscheidungen fällig sind. Im Großen, im Kleinen, im Großen jetzt einzusteigen, also im ganz großen Bild, weiß ich nicht, ob das so motivierend ist, bevor wir nicht da an dieser Unterstützung sind und bevor er zeigt, dass er auch Bock hat. Für die Intraday-Freunde, ich sehe hier nichts, was für die Longseite im Moment spricht, eher eben Wackeleien, also hier so zwischendurch mal, klar, also wenn ihr so was habt, dann eine A, B, C, dann könnt ihr davon ausgehen, dass das, was vorne ist, hinten nochmal passiert. Das ist aber ja Standard. Ob das hier so schön umzusetzen ist, ist eine andere Geschichte, aber zur Orientierung sind das ja immer so ein bisschen Hilfestellungen, um nachzuvollziehen, über was reden wir hier überhaupt. Aktuell bin ich da aber relativ wenig überzeugt auf der bullischen Seite. Na gut, in diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, liebe Grüße und viel Erfolg.